Guten Tag meine lieben Freunde, hello Arnie, where are we now? Wir sind in Bonbon, Bonbon, Malihau Forest. Hier geht's hoch zu einem Aussichtspunkt. Hier in Budwan. Does this belong to Budwan? Ja, look, Marangay Bonbon. Marangay Bonbon, Budwan City. Da unten konnten wir das Motorrad parken und jetzt geht's hier hoch. Schöner Weg mit Stufen. So, das kostet einen Tritt hier. 50 Peso pro Person, da muss man sich einschreiben. Jetzt dann weiter hoch. So, sehr schön. Endlich mal was in Budwan unternehmen. Das werden wir in Zukunft noch öfter machen. Wir sind gleich oben. So, schaut, da ist eine Fressbute. Look, das ist der Edible Flower. Das sind die essbaren Blumen aus Thailand. Schöner Ort. End, did you enjoy the walk, Arnie? Huh? It's harmless because it's not far. You only have to walk slowly. We are in the mountain. Yeah, and how is this called now? Huh? Malihau Forest. Malihau Forest. Also, tolle Aussicht hier oben. Und dann die Küste von Budwan, da waren wir ja auch noch nicht. Und dann die hohen Berge hinten in Wolken. So, hier gibt's schöne Blumen. Ihr wisst ja, hier wächst absolut alles. Das ist hier hochtropisch und sehr regnerisch. Und deswegen. So, jetzt schauen wir, ob wir die Arnie auf den Hexenbesen bekommen. Die Arnie auf dem Hexenbesen. So, schöne Aussicht. Wow. Also, lohnt sich hier hochzukommen. So, also sehr schön hier. Tropische Vegetation, wie immer. Hier gehen wir jetzt weiter. Tolle Blumen hier. Hier kann man dann natürlich auch was zum Essen mitbringen und kann sich hier hinsetzen und das genießen. Was ist da? So viele Blumen. Schön, ne? Das sind ja die, die die Schmetterlinge lieben. Also, da kann man schöne Bilder machen. So, da hinten kann man auch nochmal hochgehen. Wieder da unten. Malihau Forest. Da ist eine Hollywood-Shogel. Das ist ein Hollywood-Swing. Und das ist schon voll sauber. Das ist nice. So, da hinten sehen wir auch den Agusan River. Toll, ne? die landschaft hier ist bezaubernd schöne hängematte und dann hier diese wenn dies war zu sleep und vielleicht kann man hier übernachten hier auch diese cottages sehr schön mit der tollen aussicht hier oben in Bhutuan so hier geht es wieder runter it's good for people who don't have problem in the knee this is the old path look da ist der alte weg der war noch steil gibt es eine frische kokosnuss kostet 30 pesos und hier will we drink it here das sind die hähne am kämpfen hier ohne ohne harnenkampf ganz friwillig wo sind sie jetzt hier so die kampfhähne sind hier crazy die haben hier sie sind hier in aktion das ist das ist das ist das ist das ist Oh, hier ist die Subdivision West Highlands, die fragt, ob wir da mal reinschauen dürfen, aber ich glaube eher nicht, wenn wir niemanden kennen, der da drin ist. Das war unser erstes Video aus unserer neuen Videoserie Boudouan, Entdecken und Kennenlernen und Genießen. Diese zauberhafte, hochtropische Landschaft in diesem sehr regenreichen Gebiet, Boudouan und Umgebung, Nasipit und dann Richtung Kakaian de Oro und auch in die andere Richtung Surigao, das werden wir alles zusammen mit euch entdecken. Deswegen abonniert den Kanal, liked dieses Video und seid gespannt, denn jetzt kommt unser philippinischer Sommer und da kann man hier super mit dem Motorrad alles erkunden, die Arni und der Uwe. Tschüss! Tschüss!